Wir haben uns doch mal heute gegen den Spurall, der entanziert ist. Er hatte eine Waffe, ich sah sie deutlich, es war ein Traum. Er hat eine Waffe auf die Gerichte. Die Waffe hat nicht gefunden. Er hat ihnen gesagt, dass er eine Waffe hätte. Ja, und er hatte eine. Schon im Süden. Ein Schuss. Um sie zu beschützen. Nehmen wir doch um. Um ihre Schuld auf sich zu nehmen. Das ist aber ein toller Klammer, oder? Ein Serienficherer macht uns glaubt, dass sie schuldig ist, weil er den Bedachter der Mobilchen weggeabhängen will. Ich weiß es, er sei überzeugt. Wo ist sie? Sie wurden nach Hause gebracht. Der Westen steht in keinem Grund, um weiter Schießan zu halten. Es ist vorbei. Wo gehen Sie denn hin? Wenn man die Operation durchsteht, meinte ich der erste Wünsche, der mit ihm redet. Mose, das hat Ihnen schon genug Zeit. Mose, hören Sie, tun Sie mir einen Gefall. Garten Sie mich an, wenn Sie denken, ich wäre wieder bei Verstand in Ordnung. Auf der Lichtgepark, Mose als Schauspieler seine schönsten Momente erlebt hat. Sein Segen, seine Gutes, bei einem Wind. So komm, jetzt ver해 und ich freue mich wieder. Ja gut, aber jetzt geht es. Um逅 mal in Ordnung. was der ein Gefall, der das das an der Sieg ist. Wir kommen noch in Ordnung. Wenn Sie die Ziele mal mit, ob Sie mit der Sieg, die wir Dä이지en waren. Ich würde mich nicht mehr darüber sagen,